Boah, zu wild, zu crazy, zu verrückt, zu lebendig, zu viele Ideen, immer den anderen fünf Schritte voraus. Kennst du das? Und dann kommt er, der große Deckel, drückt dich runter, bringt dich zum Schweigen und sagt, sei mal nicht so anstrengend, du willst zu viel vom Leben. Aber ich sag dir was, diese Menschen, die jetzt wirklich alles vom Leben wollen, Leben, Liebe, Erfüllung, Freiheit, Glück, das sind genau die Vordenker, die es jetzt braucht, um diese neue Erde zu kreieren. Und wenn du spürst, dass es da noch so ganz viele Deckel, Verleugnungen, Verschleierungen in deinem System gibt und du deine eigene Größe nicht so richtig spüren kannst oder merkst, die ist aber irgendwo, hat es sich noch verklemmt im System, dann lass uns sprechen, wie du dich freischalten kannst. Ich helfe dir weiter. Klick hier unten, da findest du meinen Terminkalender, buch dir einen Termin, lass uns sprechen und wir gucken, was es braucht, um dich von diesem alten Kladderer-Datsch zu befreien und wirklich ganz konsequent deinen Herzensweg zu gehen. Denn das ist, was die Welt jetzt braucht. Mutige, wilde und inspirierte Menschen wie dich.